Ja, herzlich willkommen allerseits zum DigiTalk, zum Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von Digiprof auf Erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Karin Kullmer von Conedo. Ich bin heute für die Moderation zuständig. Digiprof und die DigiTalks im Rahmen von Erwachsenenbildung.at sind gefördert vom österreichischen BMBWF, dem Bildungsministerium. Vielen Dank für diese Förderung. Und außer mir sind von Conedo heute meine Kolleginnen Martina Süßmeier und Beatrice Kogler dabei. Die unterstützen auch technisch. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, gerne einfach in den Chat schreiben. Die beiden fangen das auf. Und auch Birgit Aschemann von Conedo ist im Chat dabei. Bevor wir jetzt inhaltlich loslegen, noch ein paar organisatorische Hinweise. Zunächst einmal bitte beachten Sie, dass der DigiTalk aufgezeichnet wird, dass er dann später auch veröffentlicht wird. Und dass Sie durch Ihre Teilnahme dem auch zustimmen. Die Aufzeichnung läuft auch bereits. Und alles, was Sie in den Chat schreiben und auch die Teilnehmerinnenliste, wird nicht veröffentlicht. Auch die Umfragen, die wir dann später noch einblenden, sind anonym. Was es geben wird, ist eine Linkliste. Also wir werden auch Links in den Chat posten. Die steht dann auch im Anschluss zur Verfügung. Und wer von Ihnen eine Teilnahmebestätigung zum Webinar benötigt, muss bitte bis zum Schluss wirklich dabei bleiben und zum Schluss dann eine kurze Frage beantworten. Und dann schicken wir die Teilnahmebestätigung zu. Teilnahmebestätigung ist nur für die Live-Teilnahme möglich. Ja, wie läuft jetzt dieser DigiTalk ab? Zunächst einmal gibt es den ersten Teil. Das ist eine klassische Podiumsdiskussion und da bitten wir Sie wirklich auch, sich stumm zu schalten und Ihre Kamera zu deaktivieren. Im Anschluss wird es dann einen interaktiven Teil geben. Und bei der Interaktion können Sie sich gern im Chat zu Wort melden und dann auch mitdiskutieren. Also noch einmal der Hinweis, bitte schalten Sie jetzt sich stumm und deaktivieren Sie die Kamera. Gut, damit beende ich auch schon meine Bildschirmfreigabe wieder. Ja, digitale Kompetenzen von Erwachsenenbildnerinnen. Wenn man sich die Anmeldezahlen für diesen DigiTalk anschaut, dann ist das ein wirklich großes Thema in diesem besonderen Jahr 2020. Und infolge Corona hat sich da ja auch ganz viel getan im letzten Jahr. Und wohl alle von uns in der Erwachsenenbildung haben da auch einiges dazugelernt im letzten Jahr. Unsere Frage für heute, welche digitalen Kompetenzen brauchen Erwachsenenbildnerinnen für das Jahr 2021? Also wie schaut es da in der Zukunft aus? Und wir haben da heute vier Expertinnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz eingeladen und möchten das Thema gemeinsam diskutieren. Ich bitte jetzt unsere vier Expertinnen, sich nach der Reihe vorzustellen. Wir machen ein bisschen alphabetische Reihenfolge und es beginnt Ricarda Boltenbühler. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, mein Name ist Ricarda Boltenbühler. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Kaiserslautern am Lehrstuhl für Erwachsenenbildung. Und meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Digitalisierung und Erwachsenenbildung und besonders auf den medienpädagogischen Kompetenzen von Lehrenden in Erwachsenenbildung und welche Handlungsanforderungen es an diese gibt. Und ich habe promoviert zum medialen Habitus von Lehrenden in Erwachsenenbildung und habe, bevor ich jetzt an der TU Kaiserslautern gearbeitet habe, beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung gearbeitet, in einem Projekt mit dem Namen MacWeb. Und da haben wir uns explizit mit den medienpädagogischen Handlungskompetenzanforderungen an Lehrende beschäftigt und eine Umfrage und einen Test entwickelt, einen Selbsttest, wie medienpädagogische Kompetenzen aussehen, was für Weiterentwicklung es geben soll und auch eine Umfrage, wie quasi es um die medienpädagogischen Kompetenzen von Lehrenden in Deutschland bestellt ist. Das erstmal soweit zu einführen. Ja, vielen Dank liebe Ricarda. Als Nächstes bitte Angelika Gundermann. Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung und Hallo an alle. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn. Da bin ich seit sechs Jahren und arbeite in der Abteilung Wissenstransfer. Unter anderem habe ich die Plattform für Lehrende in der Erwachsenenweiterbildung WBWeb aufgebaut, habe dort als Redakteurin lange gearbeitet, zuletzt auch im Projekt Eule teilgehabt an der Erstellung von Lernfaden, also digitalen Lernfaden, die in WBWeb ja jetzt integriert wurden Anfang des Jahres. Genau, und die Einladung hierher habe ich wahrscheinlich bekommen, weil meine jüngste Veröffentlichung in einem anderen Projekt passiert ist. Zusammen mit dem Kollegen Jan Koschorek bin ich im Projekt Bildung in der, nein, Digitalisierung in der Bildung, so rum, tätig. Das ist ein Meta-Vorhaben vom BMBF gefördert, also dem deutschen Bildungsministerium. Und das vereint eigentlich alle Bildungsbereiche. Wir sind für die Erwachsenenbildung da zuständig, schreiben jedes Jahr ein Dossier zu Fragen der Digitalisierung. Und wir haben uns in unserem ersten Teil beschäftigt mit den Lehrkräften in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Und eine Fragestellung war eben die Frage nach den Kompetenzen. Wir haben dazu ein Literaturreview zusammengestellt. Das heißt, wir haben die jüngste Forschungsliteratur angeschaut und können entsprechend jetzt zu Kompetenzen auch einiges dazu beitragen. Ja, vielen Dank auch an dich, liebe Angelika. Ich glaube, meine Kollegin postet auch laufend links in den Chat, also wer sich da informieren möchte, auch über das DEE und über die Publikationen. Genau, kann im Chat nachlesen. Als nächstes bitte Christina Jakoba. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Christina Jakoba und vertrete heute den Schweizerischen Verband für Weiterbildung. Das ist SWEP, das eine Logo, das Sie hinten sehen. Die anderen Buchstaben F, S, Ö, A, das ist Französisch. Die Schweiz ist dreisprachig und wir tragen jeweils alle Sprachen in den Logos auch mit. Dann sehen Sie das zweite Logo, das ist ADA. Ich bin nicht nur Mitglied der Geschäftsleitung SWEP und gestalte die strategische Entwicklung des Verbandes weiter, sondern auch leite die Abteilung Professionalisierung und Qualität und dazu gehört das ADA-System. ADA steht für Ausbildung der Ausbildenden. Das ist ein System, das es seit 1995 gibt und jetzt bitte ich Karin, die Grafik einzublenden. Eines der Claims, die wir sagen, ist aus der Praxis für die Praxis. Das System, wie gesagt, seit 1995. Ich habe hier ein paar Zahlen eingeblendet. Auf der untersten Stufe, das ist die Stufe 1, das ist die Ebene der Basisqualifikationen, das sind die SWEP-Zertifikate. Da haben wir mit rund 57.000 Abschlüssen Zahlen erreicht, die einen Brand darstellen. Dann haben wir die Stufe 2, das ist ein eidgenössischer Abschluss, wirklich ein vormaler Abschluss der eidgenössische Fachausweis Ausbilderin. Auch da sehen Sie die Zahlen insgesamt und die zahlen pro Jahr. Wenn ich heute Stellung nehme zu Fragen zu den Kompetenzen, dann beziehe ich mich in aller Regel auf dieses Niveau der Stufe Fachausweis. Dann gibt es eben auch Anschlussmöglichkeiten für Leute, die sich in Richtung Expertise weiterentwickeln wollen. Das ist so eben das Diplom der höheren Fachschule, Erwachsenenbildnerin, Erwachsenenbildner HF. Oder wer sich mehr Richtung Management entwickeln will, haben wir das eidgenössische Diplom Ausbildungsleiterin, Ausbildungsleiterin. Sie sehen auf der, ja was ist es jetzt, spiegelverkehrt rechten Seite, glaube ich, im Bild, die blauen Quadrate. Und ich denke, das ist heute relevant. Was haben wir für Anstrengungen gemacht in den letzten Jahren? Etwas hervorgehoben ist, dass das Weiterbildungszertifikat Lernprozesse digital unterstützen. Das haben wir 2015 im Pilot entwickelt und bereits Grundlagen geschaffen für die jetzige Situation, in der wir jetzt sind. Mit dem ganzen System sind wir in Revision. Die neuen Prüfungsordnungen treten 23 in Kraft. Und für da wollen wir auch weitere Angebote lancieren. Gleich, dass darüber ist, dass das Weiterbildungszertifikat, wo es dann um die Ebene der Konzeption von Online-Angeboten geht. Das von meiner Seite. Ja, vielen Dank, liebe Christina. Als Letzte in der Runde bitte ich Petra Steiner, sich noch kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin eine von fünf Mitarbeiterinnen der Weiterbildungsakademie Österreich. Das ist eine Kompetenzanerkennungs- und Zertifizierungsstelle für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner. Das ist schon einmal ein größerer Unterschied, wo wir vielleicht etwas anders gelagert sind, als viele Expertisen, die heute eingebracht werden, weil wir wenden uns an ErwachsenenbildnerInnen und Erwachsenenbildner, die in verschiedensten Bereichen sind und nicht nur im Bereich Lehren, Gruppenleitung, Training. Also auch an Bildungsmanager, BildungsmanagerInnen, BeraterInnen. Auch das sind ErwachsenenbildnerInnen, die sich bei der WBA zertifizieren lassen. Ich persönlich bin seit 2009 dabei. Die WBA ist vor allem im Zertifikat, besonders vom Bereich Medienkompetenz, quasi betroffen oder zuständig dafür, weil jeder Erwachsenenbildner Medienkompetenz nachweisen muss in einem ganz grundlegenden Niveau. Und diesen Bereich kann ich heute auch hier einbringen. Zusätzlich habe ich mich selbst wissenschaftlich mit berufs- und professionspolitischen Aspekten für ErwachsenenbildnerInnen beschäftigt. Das heißt, wie entwickelt sich der Beruf, wie seine Profession zu verstehen. Das treibt mich um. Und dann gibt es noch eine Beauftragung durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Da gibt es einen Verein, der heißt Fit4Internet. Und im Rahmen dessen sind drei MitarbeiterInnen der WBA mit Zuordnung von Bildungsangeboten zu einem Kompetenzraster beschäftigt. Da gibt es eine Datenbank mit Angeboten, wo man seine digitalen Kompetenzen erhöhen kann und auch so einen Selbstcheck nebenbei. Also auch von daher bekomme ich jetzt das Thema Digitalisierung ziemlich hautnah mit und was sich in Österreich da viel, also eigentlich sehr viel und sehr Umtriebiges dazu tut. Ja, vielen Dank auch an dich, Petra. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr heute alle da seid und dass wir gemeinsam in den nächsten, ja, ein Viertelstunden, die uns noch verbleiben, diskutieren können. Was mich jetzt aber auch sehr brennend interessiert, ist, wer da sonst noch dabei ist. Wir haben einige Umfragen vorbereitet für unsere TeilnehmerInnen, die jetzt momentan noch nicht zu sehen und zu hören sind. Und ich bitte jetzt meine Kollegin Martina, uns einmal die erste Umfrage einzublenden. Also liebe TeilnehmerInnen, Sie sollten jetzt die erste Umfrage schon sehen können. Es geht da um Ihren beruflichen Hintergrund, in welchem Bereich Sie tätig sind. Wir würden gern wissen, sind Sie im Bildungsmanagement tätig oder vielleicht in der Kursleitung? Sind Sie selbstständig? Studieren Sie vielleicht noch oder sind Sie in Ausbildung oder Weiterbildung? Oder vielleicht sogar an einer Hochschule tätig, an einer Schule oder eben sonstiges? Das können Sie uns auch gern in den Chat schreiben, wenn es da noch etwas gibt. Vielleicht kurz noch zur Info bezüglich der Umfragen. Die sollten Sie jetzt in einem Extra-Fenster sehen können. Wenn Sie die nicht sehen können, kann das an Ihrer Zoom-Version liegen. Dann können Sie natürlich gern auch in den Chat posten. Aber ich sehe jetzt da, dass einige schon fleißig abstimmen, dass da wirklich auch viele BildungsmanagerInnen heute bei uns dabei sind, nämlich circa 40 Prozent. Das ist auch der größte Anteil. Genau. Und jeweils circa knappe 15 Prozent, die selbst Kurse leiten oder selbstständig sind. Genau. Also Sie können jetzt auch die Umfrage ansehen. Also wie gesagt, der größte Teil im Bildungsmanagement tätig und einige auch als KursleiterInnen selbstständig und ganz wenige aus den anderen Gruppen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend für uns. Ja, dann haben wir noch eine weitere Umfrage für Sie vorbereitet. Da geht es jetzt eher darum, also das wäre jetzt dann die Umfrage 2. Da geht es jetzt darum, wie Ihre eigenen Kompetenzen im Jahr 2020 gestiegen sind. Wir haben ja schon gesagt, die meisten von uns haben einen Kompetenzzuwachs erlebt und wir würden Sie jetzt bitten, einfach um eine ungefähre Einschätzung. Also ist es ungefähr gleich geblieben? Sind wir ein bisschen gestiegen oder vielleicht sogar sehr deutlich? Und das sind auch schon ungefähr die Hälfte beim Abstimmen. Genau. Der Großteil hat sich schon beteiligt. Ich nehme vielleicht noch ein paar Sekunden, bis der Rest auch noch abstimmen kann, wenn Sie das möchten. Ja, ich denke, das können wir jetzt auch einmal freigeben. Also der Großteil von Ihnen sagt, die digitalen Kompetenzen sind so um circa 25, 50 Prozent gestiegen, bei manchen auch mehr. Und ganz deutlich, also fast niemand von Ihnen sagt, dass die digitalen Kompetenzen bei Ihnen gleich geblieben sind. Ja, und dann haben wir noch eine dritte, letzte Umfrage für Sie alle vorbereitet. Da geht es jetzt darum, da ist jetzt auch eine Mehrfachauswahl möglich. In welchen Bereichen, würden Sie sagen, haben Sie am meisten dazugelernt? Bitte wählen Sie die drei Bereiche, wo Sie am meisten dazugelernt haben im letzten Jahr. Da gibt es eben zur Auswahl Hardware, digitale Tools, Videokonferenzen, Didaktik, Formateplanung, kritische Reflexion, Sicherheit oder auch Finanzierung. Und da ist eine eindeutige Tendenz erkennbar, wenn ich mir die Umfrage so ansehe. In einem kurzen Moment werden Sie es dann auch sehen können, sobald dann der Großteil abgestimmt hat. Ja, ich denke, da haben jetzt schon die meisten eine oder mehrere Antworten gewählt. Ja, und wir sehen, der Großteil von Ihnen sagt, im Bereich digitaler Tools haben Sie sehr viel dazugelernt im Jahr 2020, aber auch bei Videokonferenzen natürlich und viele sagen auch bei Didaktik, Formateplanung und einige auch bei Hardware oder bei kritischer Reflexion und bei Sicherheit und Finanzierung war hier nur für ein Prozent ungefähr ein Thema. Ja, vielen Dank für die Beteiligung an dieser Umfrage. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das auch da mit zu bekommen, wie Sie das eben einschätzen. Bestätigt auch ein bisschen die Einschätzung, dass wirklich sehr viele von uns 2020 wirklich viel dazugelernt haben. Wir gehen jetzt dann wirklich gleich in die Diskussion über. Bevor wir dann wir noch anfangen, hätte ich noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Sie hatten ja auch im Zuge der Anmeldung schon die Gelegenheit, auch ein paar Fragen zu übermitteln, beziehungsweise Themen, die Ihnen wichtig sind. Das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen und viele Aspekte, die Sie da angesprochen haben, werden wir auch in dieser Diskussion diskutieren. Ein Hinweis noch, es wurde aus den Rückmeldungen auch deutlich, dass viele sich wirklich noch Unterstützung und Infos zu digitalen Tools, aber auch Formaten wünschen. Da möchte ich nur darauf hinweisen, dass das heute nicht unser zentrales Thema ist. Wir haben aber da sehr viele Ressourcen dazu gesammelt und meine Kollegin wird die jetzt auch da in den Chat posten, wo sie sich eben selbst informieren können. Heute stehen eben wirklich die digitalen Kompetenzen im Fokus. Gleich vorab vielleicht noch ein letzter Hinweis von uns, von Conedo. Wir haben da ja ein eigenes Angebot, den ebmuk plus, in dem wir ja auch eine gewisse Auswahl getroffen haben, welche Inhalte uns für das digitale Arbeiten in der Erwachsenenbildung besonders relevant erscheinen. Wir haben da auch eben Grundlagen, die heute vielleicht noch zur Sprache kommen, wie zum Beispiel den DigComp oder das MacWeb dafür herangezogen und auch durch aktuelle Bedürfnisse ergänzt. Das nur als Hinweis. Heute sind wir als Conedo ja in der Moderationsrolle und damit darf ich jetzt wirklich zur Diskussion überleiten und möchte gleich mit einer Runde starten. Die erste Frage, die ich meinen Diskussionsteilnehmerinnen da gerne stellen möchte, ist, welche digitalen Kompetenzen brauchen Erwachsenenbildnerinnen jetzt wirklich aktuell ganz dringend? Und ich möchte da Christina Jakoba als erstes um ihre Einschätzung bitten. Ja, ich denke, die Frage ist insofern nicht neu, weil die Digitalisierung uns ja seit 20 Jahren eigentlich beschäftigt. Aber erstaunlicherweise hat sich auf der Ebene der Professionalisierung im Umgang mit digitalen Medien, mit der Digitalisierung insgesamt nicht so wahnsinnig viel getan. Und wir hatten mit diesem kleinen Modul Lernprozesse digital unterstützen diesmal angestossen. Wir wollten auf diese Entwicklung antworten und ich antworte jetzt auf die Frage zuerst mal aus der Perspektive, was haben wir gemacht, als wir dieses Modul entwickelt hatten und wo stehen wir heute? Wir saßen zusammen mit sechs Anbietern, die große Erfahrung hatten mit Kursen aus dem Ausbildungs- und der Ausbildungssystem und haben zusammengetragen, was braucht für Kompetenzen. Da kamen natürlich Anwendungskenntnisse ganz klar hinzu, aber es ging auch deutlich darüber hinaus. Also nebst auch so Sicherheitsaspekten, rechtliche Fragen kamen hinzu. Wie sieht es mit dem Copyright aus? Geht es dann eben wirklich auch um Wertefragen, um die Sinnhaftigkeit der digitalen Medien? Wie setzt man sie ein? Das kam sehr stark und ich denke jetzt in dieser aktuellen Situation, die wir dieses Jahr erlebt haben, hat sich die Investition in die Professionalisierung der letzten 25 Jahre sehr ausbezahlt. Wir haben es mit professionellen Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern zu tun und die hatten zwar je nachdem einen grossen Nachholbedarf, was die Anwendungskenntnisse anbelangt, das mussten sie einfach von heute auf morgen lernen und waren sehr schnell in der Lage, mit ihrem ganzen Know-how und mit ihrer Erfahrung das eben sinnvoll einzusetzen. Da gibt es noch viel zu entwickeln, aber insgesamt haben wir da in diesen Bereichen sehr viel gelernt. Ja, welche weiteren Einschätzungen gibt es zu dieser Frage, welche digitalen Kompetenzen aktuell benötigt werden? Wer möchte anschließen? Ja, dann mache ich weiter vielleicht. Aus unserer Sicht ist es ganz offensichtlich, dass 2020 ein Professionalisierungsschub stattgefunden hat und musste, weil, und da sind wir eingeschlossen, von heute auf morgen Präsenz in online umgemodelt werden musste, was bedeutet, dass man die Software zum Beispiel mit neuer Software umgehen muss, aber auch, und das ist ein neuer Punkt, den man vielleicht mehr in den Fokus nehmen könnte, die technischen Grundlagenkompetenzen, wie schließe ich welches Gerät wo an, neu gefordert wurden, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Arbeitsplätze hat. Also da sind die Kompetenzen gestiegen und das wäre auch ein Bereich, wo man ein bisschen genauer hinschauen kann, was gibt es denn abseits von diesen Tools, was man eigentlich nur wissen und können muss. Und da geht es, und da haben wir uns schon einmal darüber verständigt, um digitales Grundlagenwissen, dass da durchaus, wo durchaus noch Entwicklungsbedarf ist in der gesamten Erwachsenenbildung. Und das ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges, wo oft zu wenig Zeit auch dafür ist. Also das heißt, es braucht sehr viel Zeit und viel Möglichkeit, sich auch das anzueignen. Und ich möchte gleich eins sagen, was mir ganz wichtig ist bei dem Thema ist, Persönlichkeitsfaktoren auch zu erwähnen. Nicht nur die IT-Kompetenzen, nicht nur Tools, sondern es geht auch darum, ein gewisses Maß an Gelassenheit zu haben, wenn man in einem Moment einmal ansteht und das kennen wir, glaube ich, alle im Bildungsmanagement. Das Gerät funktioniert nicht, man kriegt keine Verbindung. Es hat gerade vorher doch funktioniert. Und einer Studie zufolge ist es so, dass das in jedem Arbeitsbereich nicht die Ausnahme ist, sondern Usus. Das heißt, wir brauchen ganz neu doch noch ein bisschen andere Umgangsweisen mit diesen kleinen Hopperlers, die nicht funktionieren. Und das ist ein sehr spannender Bereich, der mich persönlich total interessiert. Wie ist denn das mit der Persönlichkeit? Wie ist es mit der emotionalen Bereitschaft, sich auf solche Dinge einzulassen, gelassen zu bleiben? Und für alle Bildungsmanagerinnen, die hier sind mit Personalverantwortung, wie ist es in der Organisation? Wie geht man mit sowas um? Hetzt man da oder gibt man Zeit und sagt, na lass der Zeit. Also es ist einfach Umstieg, viel aufwändiger neu lernen und umsteigen als etwas anwenden, was man schon kann. Das sind einfach sehr spannende und herausforderungsreiche Dinge eigentlich aktuell. Da haben wir viel zu tun, auch in der Erwachsenenbildung. Riccarda, bitte. Da würde ich mich gerne direkt anschließen. Das finde ich nämlich auch total wichtig, diese Fehlertoleranz einfach auch zu entwickeln und das nicht nur auf Seite der Lehrenden, sondern auch auf Seiten der Lernenden. Ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, was ich auch gezeigt hatte in den letzten Monaten, ist, dass wir aufpassen müssen, dass bestimmte Zielgruppen einfach nicht verloren gehen, die vielleicht keine grundlegende Medienkompetenz oder digitale Kompetenz haben. Und da kommt Lehrenden und Bildungsmanagern und den Weiterbildungsinstitutionen eine zusätzliche Aufgabe hinzu, dass jetzt eben nicht nur in Veranstaltungen, wo es wirklich um Medienkompetenzförderung geht, sondern auch in ganz breiten Bildungsangeboten auch Medienkompetenzentwicklung mitgedacht werden muss, um zum Beispiel auch Teilnehmenden, die die Online-Tools nicht kennen, das nahe zu bringen, dass die da einfach mitkommen und eben nicht bestimmte Gruppen abgehängt werden. Das würde ich dem noch so ein bisschen als etwas, was ich jetzt aus der Beobachtung mit Kooperationen und Weiterbildungsinstitutionen zum einen die Anwendung ganz grundlegend bei den Lehrenden, aber auch bei den Lernenden. Das muss auf beiden Seiten gefördert werden. Ja, von meiner Seite könnte ich noch unterstützen. Also wir haben in der Literatur, die wir angeschaut haben, auch natürlich Kompetenzmodelle gefunden, wie eben den DICOM-BEDU, der jetzt für gesamte Bildung zu benutzen ist, aber eben auch MEC-Web. Das war sehr spannend, dass da medienpädagogische Kompetenzen eben nochmal genauer untersucht wurden, weil grundsätzlich fehlen einfach noch Untersuchungen, die die Kompetenzbereiche überhaupt erstmal erfassen. Also man weiß eigentlich noch gar nicht, was können denn die Lehrenden alles. Man müsste jetzt dann auch noch wieder fragen, welche Kompetenzen frage ich ab und welche Kompetenzen nenne ich jetzt digital? Und da sind wir wieder bei dem, was am Anfang war, brauche ich nicht eher, ich sage immer so diese 21st-Century-Skills. Also wie gehe ich überhaupt mit dieser Digitalisierung in meiner gesamten Umwelt um? Das ist für Lehrende ja wie für die Lernenden das gleiche Problem oder die gleiche Herausforderung. Aber es gibt eben auch Studien, die gefunden haben, dass besonders auch der Umgang mit Unsicherheit und Veränderung durch die Lehrenden eine Kompetenz wäre, die unter digitaler Kompetenz zu fassen ist. Also das hatten wir ja eben auch schon in den Aussagen und ich glaube auch im Chat hat es jemand geschrieben mit der Fehlertoleranz und der Fehlerkultur. Genau. Ja, von daher gibt es da nicht viele Aussagen leider zu aus der Wissenschaft, aber das Problem ist erkannt, sagen wir es mal so. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel Lehrende in der Erwachsenenbildung bin und wissen möchte, wie es um meine digitalen Kompetenzen bestellt ist, wie kann ich denn da am besten vorgehen? Ricarda. Also was man erstmal machen kann, ist erstmal überhaupt mal lesen, was gibt es? Also da finde ich tatsächlich, dass es sehr gute Angebote bei WBweb zum Beispiel gibt, dass man sich da einfach nochmal durchliest und was wir ja entwickelt haben im Projekt MacWeb ist ein Selbsttest, den man online ausführen kann. Den kann ich auch den Link gleich nochmal in den Chat posten. Ah, ist schon, glaube ich. Super und genau da gibt es dann quasi ein Bündel an Fragen. Man muss dazu sagen, der Test ist vor der ganzen Corona-Situation entstanden, dementsprechend noch auf vielleicht andere Handlungssituationen ausgelegt, als die jetzt gerade einfach da sind. Dementsprechend ist bei so Tests eben auch immer die Frage, wie ist die Aktualität aufgrund der sowohl technologischen Entwicklung, aber auch der gesellschaftlichen digitalen Transformation. Das heißt, solche Tests sind immer nur für ein Zeitfenster wirklich akut aktuell, aber die Fragen sind so aufgebaut, dass es quasi wirklich auch um Kompetenzen geht, um Handlungssituationen, die auch auf andere technischen Tools zum Beispiel umgelegt werden könnten. Und da gibt es am Ende ein Feedback, in welchen Bereichen man sich noch quasi nochmal weiter informieren könnte. Das wäre jetzt so ein Ansatzpunkt, wo man einfach mal gucken kann, um dann davon ausgehen, sich einfach in den Bereichen nochmal Informationen anzueignen. Ja, ich könnte fortsetzen. Ich glaube, es gibt, wenn man mal ins Netz schaut, so viele Informationsquellen, dass man leichter mal das Gefühl hat, man wird schon fast erschlagen. Es ist wirklich umfassend. Und das Schwierige ist in dieser Fülle dann das Wenige herauszufiltern, was gut weiterhilft. Also ich möchte jetzt nicht den Veranstalter hier über den grünen Klee loben, aber der EB-MUG zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er diese Vorauswahl trifft. Also er führt durch so grundlegende Dinge durch, die durchaus eine gewisse Orientierungsfunktion haben. Wenn man den macht, okay, damit bin ich mal relativ gut aufgestellt, da habe ich jetzt eine Ahnung von vielen, vielen wichtigen Dingen. Und das andere, was ich auch sagen muss ist, ich habe mir im Vorfeld dann unsere Medienkompetenz in der WBA angesehen. Also jede zertifizierte Erwachsenenbildnerin muss Medienkompetenz nachweisen. Und wir haben eine Definition dazu im Qualifikationsprofil, die zwei Seiten nur umfasst. Wenn man die liest, das ist von einer interdisziplinären Fachgruppe erarbeitet. Das sind schon die Basics, auf die man sich in der Erwachsenenbildung in Österreich für die WBA mal geeinigt hat. Und ich könnte auch dieses Selbstbeschreibungsformular, dieses Tool, das wir verwenden, um seine eigenen Kompetenzen zu beschreiben, Interessierten gerne zur Verfügung stellen. Das ist so, da sieht man mal, man kreuzt an, welche Kompetenzen man hat und beschreibt sie dann. Ich glaube, dass das auch im Beschreiben, was passiert mit einem anhand dieses Formulars. Und was bei uns wichtig ist, das ist noch nicht so ganz gefallen, wir unterscheiden zwischen Anwendungskompetenz und Reflexion. Und in der Reflexion sind jetzt diese Bereiche enthalten, wie rechtliche Aspekte, Quellenkritik, Urheberrecht, Datenschutz. Da kommen ganz viele Dinge rein, ohne die man jetzt eigentlich nicht mehr professionell arbeiten kann. Was aber nicht heißt, dass man ein Riesenkonvolut irgendwie so vor sich als Wissen eingespeichert haben muss, sondern es geht auch zum Teil auch um ein sehr hohes Bewusstsein für diese Themen und um ein Bewusstsein, wann ich dann aufpassen muss, wenn ich einen Text irgendwo rausverwende als Lehrende. Also an diesen Dingen kommen wir nicht vorbei. Das wäre eben im Qualifikationsprofil nachzulesen und in diesem Selbstbeschreibungstool, das ich zur Verfügung stellen könnte. Weil das über diese Reflexionskompetenzen, da haben wir schon ein bisschen geredet. Das ist schon gefallen, glaube ich, aber das haben wir noch nicht angeschnitten, dass das eigentlich auch zu den Basics sofort dazugehört. Also man ist sofort im Urheberrechtsfragen, wenn man sehr viel online unterrichtet. Und Datenschutz ist natürlich jetzt auch, also ist noch mehr Thema, als es vorher war. Ja, also das wollte ich noch ergänzen, ja. Ja, vielen Dank, Petra. Wir haben da auch im Chat schon die ersten Interessensbekundungen dem Material gegenüber. Also da würden sich, glaube ich, einige wirklich freuen, wenn wir da etwas zur Verfügung stellen könnten. Christina, bitte. Ja, also ich denke, deine Frage war ja die, wo stehe ich? Aber die anschließende Frage ist ja auch, wie kann ich mich denn weiterentwickeln? Und ich denke, wir hatten vor 2017 mal eine Umfrage gemacht, wo stehen Sie denn mit den Kompetenzen? Da haben 50 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich fit fühlen, in dieser Form zu unterrichten. Das ist sicher, heute wäre das ganz anders, aber der Weg dahin, das war eigentlich einfach mit enormem Druck, weil die Praxis das erforderte. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, wie ist es denn eigentlich mit der Erwachsenenbildung im digitalen Format? Und man muss es einfach tun. Also ich glaube, Theorie-Anneigung ist sicher gut, Wissen-Anneigung ist sicher gut, aber man kommt nicht darum, einfach auszuprobieren und zu merken, was funktioniert, Rückmeldungen einzuholen und sich selber zu reflektieren. Also da ist unser Slogan aus der Praxis, für die Praxis, kommt beim digitalen Setting einfach enorm stark zum Tragen. Genau, also vielen Dank auch für diese Ergänzung. Ich sehe im Chat auch, dass da schon Fragen auftauchen zu den Besonderheiten des MacWeb. Ich glaube, Ricarda, das ist am ehesten dein Thema, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht könntest du da kurz darauf Bezug nehmen. Also was da jetzt wirklich der Mehrwert von MacWeb ist gegenüber zum Beispiel DigComp Edu? Ja, kann ich total gerne machen. Also die Besonderheit ist erstmal, dass sich MacWeb wirklich nur an Lehrende und auch wirklich an Lehrende explizit in der Erwachsenenbildung richtet. Dementsprechend also wirklich nochmal genau angeguckt wurde, was brauchen jetzt explizit diese Lehrenden, weil es einfach bei dem anderen Modell geht es ja um alle in der Bildung Tätigen. Und wir haben halt wirklich geguckt, was für eine Besonderheit gibt es einfach im Bereich der Erwachsenenbildung. Und da war besonders zum Beispiel der Teil der Feldkompetenz der Medienbezogenen sehr, sehr wichtig, weil einfach die viele auch selbstständig in der Erwachsenenbildung tätig sind, gerade der Lehrenden. Und da wirklich, die kommen immer in eine andere Bildungsinstitution. Die müssen jeweils, dieses Feld, das sie dort haben, das ist nicht immer gleich. Die haben andere Ausstattungen, die haben andere technische, aber auch andere kulturelle Voraussetzungen in diesen Institutionen. Und das ist tatsächlich nochmal eine Besonderheit. Und auch der Aspekt, dass wir wirklich auch gesagt haben, die Einstellungen sind ganz, ganz elementar. Das hatten wir ja auch schon zu Beginn, weil es eben ganz wichtig ist, wenn jemand an sich erst eher eine ablehnende Haltung gegenüber digitalen Medien hat, zum Beispiel, weil die Person Angst hat, dass digitale Medien die Rolle des Lehrenden auch ablösen. Das hat sich tatsächlich bei uns in der Umfrage ergeben, dass da einige sind, die einfach Angst haben, dass ihr Job einfach überflüssig wird. So Sachen, das muss eben auch in Weiterbildungen aufgegriffen werden zur Reflexion, dass eben digitale Medien nicht ablösen werden, sondern quasi sie neue Möglichkeiten bieten, die dann aber auch trotzdem durch jemanden begleitet werden müssen. Vielleicht gibt es eine gewisse Rolle, einen Wechsel, dass es vielleicht eher nochmal stärker zu einer Lernbegleitung gibt, was aber sowieso in der Erwachsenenbildung eher schon der Tenor ist, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, eine Besonderheit. Und nochmal auf die Frage jetzt explizit, jetzt für diese Selbstauskunft, da ist halt diese Besonderheit, dass es diesen Selbsttest gibt. Das war quasi das Ziel des Projektes, dass es wirklich etwas gibt, wo Lehrende sich einmal hinsetzen können, 20, 30 Minuten Zeit nehmen und danach zumindest eine erste Einschätzung haben, wo sie gerade stehen. Genau, das so dazu. Ja, ich glaube, Angelika möchte als nächstes was dazu sagen. Ich glaube, Angelika, ihr habt in eurer Publikation ja auch ganz viel zum Thema Haltungen und Einstellungen auch behandelt. Richtig, genau. Deshalb dachte ich, bringe ich das hier an der Stelle auch ein. Also wir haben uns tatsächlich auch neben den Kompetenzen, die Studien angeschaut, die etwas über Haltung oder Rolle aussagen und haben da eben auch gefunden, was jetzt Ricarda eben schon ansprach, dass es da, ja, einmal, also einmal gab es Studien, die haben eben festgestellt, welche Haltung überhaupt da ist bei den Lehrenden, was ja auch schon mal vielleicht interessant ist zu wissen, gibt es da grundsätzlich eigentlich Offenheit oder ist da eher Zurückhaltung angesagt gegenüber digitalen Anwendungen, wo also schon auch Studien sagten, nee, eigentlich ist Offenheit vorhanden. Es gibt zwar auch einige, die das eher Zurückhaltung beurteilen, aber grundsätzlich ist Offenheit da. Und wir haben es dann eben auch in Verbindung gebracht mit dem Thema Rolle, welche Rolle übernimmt der Lehrende jetzt in so einer Veranstaltung, ist ja immer noch der, der vorne das Wissen vermittelt. Und im Endeffekt, ja, ändert sich das jetzt durch digitale Medien nicht groß. Wir reden jetzt hier auch nur in die Kamera rein. Im Moment kommt noch nichts zurück. Kann man machen. Aber ist das der Sinn des Ganzen? Und wie Ricarda auch sagt, in der Erwachsenenbildung haben wir ja eben diesen Rollenwechsel zum Lernbegleitenden hin auch schon eigentlich in der aktuellen Diskussion drin. Und wir haben eben festgestellt, dass Studien auch sagen, ja, das verstärkt eigentlich eine digitale Anwendung. Das heißt, sowohl die Lehrenden als auch Lernende stellen diesen Rollenwandel fest, sobald eine Lehrvereinstellung mit digitalen Mitteln unterstützt wird oder nur durchgeführt wird, was wir auch sehr interessant fanden. Und das jetzt nochmal wieder zurückgekoppelt an das vom Anfang mit der Haltung, ist natürlich die Frage, wenn der Lehrende jetzt schon mal grundsätzlich ein Problem damit hat, seine Rolle neu zu definieren und dann noch ein Problem hat mit digitalen Medien womöglich, dann wird es schwierig. Also man müsste wahrscheinlich tatsächlich an der Haltung ansetzen, um eine größere Offenheit zu erzeugen. Und da sind wir jetzt dann wieder bei den Kompetenzen, wo ich sage, eigentlich geht es darum, so eine Kompetenz zu entwickeln, eine Haltung und eine Rolle auch variabel gestalten zu wollen und zu können. Aber das sind auch Sachen, die sind nicht wirklich schon untersucht. Da können wir also von Seiten der Wissenschaft auch nicht zu beitragen, außer dass wir diese Fragen stellen. Ja, danke. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese Fragen auch zu stellen. Vielleicht daran anschließend, wir haben jetzt ganz viel schon diskutiert, was es braucht, welche digitalen Kompetenzen es braucht. Ich stelle jetzt eine Frage, die vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber welche digitalen Kompetenzen sind denn schon vorhanden, eurer Einschätzung nach? Und wie schaut das aus, zum Beispiel, wie sieht es in Deutschland aus, wie sieht es in Österreich aus, wie sieht es in der Schweiz aus? Wer möchte dazu etwas sagen? Ich kann gerne mal anfangen. Ich glaube, das kann man so pauschal tatsächlich nicht beantworten. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr große Breite an der Verteilung. Also es gibt Lehrende, die sind wirklich super aufgestellt, die bringen ihre eigene Infrastruktur mit. Auch auf Bildungsmanagement-Ebene gibt es, glaube ich, einfach Institutionen. Da sitzen Leute, die haben wirklich Interesse und auch schon seit Jahren, jetzt nicht erst durch dieses Jahr, sondern wirklich seit Jahren schon die Digitalisierung in der Institution vorangetrieben. Und die machen das quasi aus so einer inneren Überzeugung heraus, weil es ihnen vielleicht auch Spaß macht. Und gleichzeitig gibt es aber auch einfach Lehrende und auch Institutionen, je nachdem, die einfach da vielleicht kein persönliches Interesse haben oder eben aufgrund der Einstellung das einfach nicht machen und denen dann dementsprechend auch einfach sehr geringe Kompetenzen, würde ich sagen, zuzuschreiben sind. Deswegen würde ich sagen, man kann es nicht pauschal beantworten. Was bei unserer Umfrage rauskam, ist, dass es tatsächlich eigentlich eine breite Mitte gibt. Also dass die meisten Lehrenden, zumindest die damals bei uns in der Umfrage teilgenommen haben, das war im deutschen Bereich, dass die eigentlich so grundlegend erstmal wissen, wie sie Medien einsetzen, aber jetzt keine Pioniere sind, würde ich sagen, aber auch nicht die konkret ablehnen und sagen, das wollen wir nicht. Das könnte ich so dazu sagen. Genau. Ja, Christina, bitte. Ja, das Web hat diesen Sommer eine Umfrage gemacht, auch zu der Frage, wo stehen Sie denn bezüglich Kompetenzen, aber auch wie wurden die Angebote angepasst. Mehrheitlich wurde gesagt, dass Sie vor allem mit Videokonferenzsoftware gearbeitet haben. Also in diesem Bereich, denke ich, da sind die Kompetenzen jetzt vorhanden. Es geht jetzt darum, das Ganze weiterzuentwickeln und ich störe mich ein bisschen daran, dass man von Präsenz und von digital spricht. Eigentlich waren wir schon mal weiter. Also es gibt sowas wie Blended Learning und in diese Richtung muss es weitergehen. Professionalisierung würde heissen, eben hochstehende Blendedangebote zu realisieren. Und ich denke, da geht es jetzt, da muss man jetzt wieder anknüpfen, wo man schon mal war, aber mit deutlich mehr Kompetenzen im digitalen Bereich. Ja, danke schön. Ich glaube, Petra wollte vorher auch etwas fragen. Ja, ich wollte einfach nur hinzufügen, für Österreich aus unserer Beobachtung gab es einen leichten Zuwachs an Kompetenzen beziehungsweise vielleicht gar nicht so der Kompetenzen, sondern der Selbstverständlichkeit, mit der man über neue Medien oder mit der das Bewusstsein, ein Bewusstsein gewachsen ist für dieses Thema und zur Haltung oder so. Also ich möchte eigentlich sagen, es muss unterschiedliche Aneignungstypen geben. Da haben wir eigentlich zu wenig Wissen davon in der Erwachsenenbildung und da könnte man auch genauer schauen. Es ist vielleicht im Moment so, dass durch diese Umbruchssituation ein bisschen ein Gap, so eine Kluft entsteht zwischen denen, die vorausgehen oder sogar vorauseilen und jenen, die schweigen und nicht dabei sind sozusagen und dazwischen hätte man die Aufgabe, Vermittler und Vermittlerinnen einzusetzen in diesem Prozess, der darauf schaut, dass eben Erwachsenenbildnerinnen als Ganzes, also als Profession, da auf ein gewisses Grundlevel sozusagen kommen, beziehungsweise einfach auch das zu moderieren, diesen Veränderungsvorgang und auch diese Lernherausforderung, die wir da jetzt gerade haben, zu begleiten. Das wäre eine Aufgabe, die wir im Moment auch haben. Und zur Haltung möchte ich auch sagen noch, weil die Organisationskultur schon Thema war, zum Beispiel ist es total wichtig, ob der Arbeitgeber, so wie jetzt bei uns das passiert ist, sofort Instrumente wie Headsets zur Verfügung stellt, eine Remote-Verbindung für zu Hause, dass ob ein IT-Support sofort da ist oder ob man damit eher vielleicht ein Stück weit allein gelassen wird. Das macht schon einen Riesenunterschied und verändert auch was bei der Haltung der Leute. Also man kann das auch, man hat auch Verantwortung dafür als Institution, das zu begleiten. Und da haben wir natürlich auch wieder diese Situation in der Erwachsenenbildung, wo viele Nebenberufliche tätig sind, sehr für Selbstständige, sehr für EPUs. Das heißt, wir sprechen von einer sehr heterogenen Situation diesbezüglich, bezüglich Unterstützung und was muss ich alles selber machen. Und da ist es wieder so schwer, über alle zu sprechen. Aber genau das macht ja die Erwachsenenbildung auch aus und macht sie auch sehr spannend und macht es auch sehr innovativ und sehr innovationsoffen in Wirklichkeit. Ja, ich sehe einige Nicken. Ich glaube, da haben wir in der Vorbesprechung auch schon darüber gesprochen, dass es einfach ein organisationales Thema auch ist. Nachdem jetzt heute auch sehr viele Bildungsmanagerinnen, Bildungsmanager da sind, was können denn Organisationen eurer Meinung nach konkret tun? Also wie kann ich zum Beispiel, wenn ich in einer Organisation tätig bin, wie kann ich vorgehen, um als Organisation zu unterstützen? Ich muss jetzt vorgreifen auf das Thema unseres nächsten Dossiers, was eigentlich im nächsten Jahr erscheinen soll. Da beschäftigen wir uns tatsächlich mit Management und den Implikationen, die die Digitalisierung eben für den Bereich unter anderem Organisationskultur auch darstellt. Wir haben jetzt schon sehr viel Literatur dazu gesichtet und von daher kann ich bestätigen, was die beiden Vorrednerinnen auch gesagt haben, dass es alles sicherlich eine Aufgabe der Organisation ist, da die Digitalisierung voranzutreiben. Und soweit sich Forschung überhaupt mit diesem Thema beschäftigt, was leider auch nicht sehr häufig der Fall ist, muss ich wieder auch zu diesem Thema sagen, kommt aber auch schon zu Tage, dass eine Strategie für eine Organisation einfach erstmal Grundlage allen Handelns ja ist. Und wenn in dieser Strategie Digitalisierung bisher nicht eingeschrieben ist, dann wird es schwerfallen, dass die Organisationen insgesamt in ihrer Kultur und auch in dem Management die einzelnen Teile miteinander agieren, also sei es jetzt die IT oder die Lehrenden oder die Verwaltung oder wer auch immer dazugehört, bis die eben alle zusammen da Bescheid wissen, worum es geht. Also dass tatsächlich da der Bedarf zum Beispiel eben an Headsets besteht für die Menschen, die als Lehrende dann draußen sitzen und nicht mit ihren Lernenden zusammen sein können. Also das hängt also wirklich schon an sehr rudimentären Dingen, glaube ich, an in den Organisationen. Ja, das wäre so, was ich vielleicht mal vorgreifend zu diesem Thema, was wir noch nicht abschließend behandelt haben, beitragen könnte. Ich glaube, was man da auch nochmal sagen kann, wir hatten ja eben schon den Punkt, dass es so einen großen Unterschied einfach gibt an den Voraussetzungen, die einfach bei den Leuten in der Organisation sind. Und ich glaube, da kann man auch sagen, einfach das Gespräch suchen mit den einzelnen Leuten in der Institution. Also was sind überhaupt die Bedarfe, die meine Mitarbeitenden haben? Und dann auch eben zu gucken, okay, wir haben diese paar Vorreiter, die total interessiert sind und vielleicht können wir mit denen auch einfach institutsinterne Fortbildungen organisieren. Wenn wir die nicht haben, wie kriegen wir quasi dieses Mindestmaß hin und da wirklich gucken, wo stehen wir gerade? Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt. Und dann davon aus aufbauen, eben wirklich eine Strategie zu entwickeln. Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz grundlegend. Und auch eine Strategie zu haben, die einfach, wie schon gesagt, offen ist, dass alle Mitarbeitenden, egal ob sie auf Lehrender oder auf organisationaler Ebene tätig sind, wissen, da wollen wir hin. Und das ist unser Ziel und das hat ja auch was mit einem gewissen Selbstverständnis zu tun, wenn man an einer Institution tätig ist, dass man da an einem gemeinsamen Ziel einfach arbeiten kann. Christina, da ist nichts. Und dann Petra. Ich denke, es geht um Entwicklung auf allen drei Ebenen, Kursleitung, Programmplanung, Bildung, Steuerung. Und ja, das eine ist natürlich, die Pioniere, die haben das top-down gemacht und jetzt kam der Druck und jetzt kommt es eigentlich bottom-up. Ich wollte eigentlich schon bei einer früheren Frage sagen, in diesem digitalen Bereich funktioniert der Austausch enorm stark. Auch der Umgang mit dem eigenen Wissen ist viel großzügiger, als das bei anderen Themen der Fall ist. Und es gibt, man kann ja nicht einfach sagen, so und so muss man es machen, sondern ich pflichte dabei, man muss zuhören. Und mit dem Austausch, das hat ein enormes Innovationspotenzial, wird man schauen, was kommt dabei raus. Also der Druck ist da, man muss. Aber ich glaube, auch der Wille ist da, man will auch. Danke. Ja, also Austausch ist ein gutes Stichwort. Wir werden ja in wenigen Minuten dann auch da hier in den Austausch gehen. Zuvor, jetzt bitte noch Petra. Ich glaube, du wolltest noch etwas ergänzen. Wenn Interesse daran besteht, ein Lektüre-Tipp quasi zu dem Thema, was macht Digitalisierung mit der Arbeitswelt und wie kann man es als Organisation gestalten? Da gibt es eine Publikation von 2020, die heißt Kompetenzverschiebungen im Digitalisierungsprozess. Und da wurden Berufsbereiche, wurden Mitarbeiterinnen befragt, was genau, wo hakt es oder wie geht es Ihnen mit dieser Digitalisierung? Und da gibt es zum Beispiel auf 186 einen Fragebogen, wie man das als Einrichtung mit seinen Mitarbeiterinnen gestalten kann. Das ist relativ anforderungsreich, aber das wäre ein Hilfstool, um sich das genau anzuschauen. Und es ist total spannend zu sehen. Ich habe es schon gesagt, dass die emotionale Grundlage und die Wahrnehmungsöffnung bei Digitalisierung und bei den Dingen, bei den kleinen und größeren Problemchen, die quasi auftreten können und Erfahrungswissen neben dem reinen Fachwissen und der Integration in das ganz Große, also in der Wissen über alle Abläufe, extrem wichtig sind. Das finde ich sehr spannend. Also wir brauchen nicht nur die Tools, wir brauchen den ganzen Ablauf als Organisation, um in dem entsprechenden Moment richtig handeln zu können. jetzt aus Organisationssicht gesehen, ja. Ja, vielen Dank. Also wir brauchen nicht nur die Tools. Ich glaube, das ist ganz klar jetzt hervorgekommen aus sehr vielen Wortmeldungen. Es geht wirklich über das hinaus. Ich hätte jetzt noch eine allgemeine Frage, wenn wir jetzt irgendwie vielleicht so vergleichen, wie schaut das heute aus? Also wir stehen ja jetzt Ende 2020 wieder in sehr vielen unserer Länder, entweder kurz nach oder kurz vor oder mitten in einem Lockdown wieder. Wie würdet ihr sagen, hat sich das verändert, wie wir heute so jetzt auch im digitalen Bereich arbeiten? Also was wird heute vorausgesetzt, was man sich zum Beispiel letztes Jahr noch gar nicht träumen hätte können oder was letztes Jahr noch überhaupt nicht gefordert war? Also ganz kurz, die Anforderung an Flexibilität und an schnelle Anpassung, an schnelles Reagieren ist irgendwie schon immer da in der Berufswelt, aber da vielleicht noch einmal angestiegen und die Anforderung Komplexität zu integrieren, also gleichzeitig das Ganze im Blick zu haben und breite Kompetenzen und vor Ort aber handlungsstark zu sein. Also wenn ich zum Beispiel jetzt der Unterricht und Online-Unterricht, muss ich die Technik manchmal anleiten können bei den Leuten, die zuhören, die bei mir lernen. Also ganz plötzlich eine ganz neue Anforderung ist, also da reinzuspringen sozusagen in diese breiteren Anforderungen an die Rolle. Das ist jetzt einmal ein kleines Lehrstückchen, das aber in zwei Jahren dann wieder wohl ganz anders aussehen wird, schätze ich. Aber das mit dieser Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und schnell reagieren können, ich glaube, das bleibt in gewissem Ausmaß. Ich glaube auch, was zu der Flexibilität dazukommt, das ist diese technische Ausstattung, die man vielleicht auch privat braucht, um arbeitsfähig zu sein, gerade im Bereich der Erwachsenenbildung, weil eben viele ja eben nicht jetzt gerade irgendwie in die Schule gehen können, wo sie irgendwie einen VHS-Kurs gegeben haben, sondern das jetzt irgendwie von zu Hause aus machen müssen. Und als Freiberufliche vielleicht auch die technologische Ausstattung nicht gestellt bekommen. Also diese Flexibilität auch, die eigenen technischen Voraussetzungen zu schaffen, die entsprechende Stabilität im Internet auch zu haben, was auch nicht überall selbstverständlich ist, wenn man zum Beispiel im ländlichen Gebiet wohnt und einfach die Internetausstattung, die Infrastruktur nicht gegeben ist. Das sind Herausforderungen, die, glaube ich, jetzt gerade noch mal ganz akut zu sehen waren und auch noch zu sehen sind. Und das ist etwas, was vielleicht auch einfach noch mal diesen Bereich vorantreibt, dass einfach die Ausstattung ganz, ganz wichtig ist. Kristina? Ich kann dem alles beipflichten. Ein Punkt, den ich noch hervorheben möchte, das hatten wir damals auch bei der Entwicklung des Digitalmoduls eruiert. Das ist die Ansprüche an die Kommunikationsfähigkeit. Die sind anders in einem digitalen Setting. Und so gesehen, denke ich, mussten Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbilder ihr Repertoire von Kommunikationsformen deutlich erweitern. Mir bleibt eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Da ich jetzt auch mit der Praxis ja nicht so viel zu tun habe mehr, fehlen mir da sicherlich die Erfahrungen, was Lehrende gerade tatsächlich erleben. Ich kann nur aus dem eigenen Berufserleben sozusagen sprechen. Und ich denke, das habe ich auch letztens in einem Podcast, den wir bei WWW heute übrigens veröffentlicht haben, das war jetzt der Werbeblog, eine Teilnehmerin gehabt, die also viel mit Führungskräften arbeitet. Und die sehr oft wieder darauf zurückgekommen ist, dass eben die Digitalisierung auch auf diese Führung einen unheimlichen Einfluss haben wird. Und ich denke, das merken wir ja auch alle, wenn wir vielleicht erleben, dass wir nicht mehr im Büro neben dem Chef sitzen, dass diese Beziehungen sich auch anders gestalten. Das hat mit Kommunikation zu tun, das hat mit den Mitteln und auch mit den Kompetenzen zu tun. Mancher Mitarbeiter kennt sich mit den digitalen Tools besser aus als der Chef. Also das sind ganz interessante Fragen, die eigentlich schon lange mitschwingen in dem Thema. Ich habe für WWW ein Dossier gemacht zu Arbeit 4.0 und der Weiterbildung, wo wir das auch schon mal angerissen haben. Aber ich glaube, aber ich glaube, jetzt haben das wirklich sehr, sehr viele Leute am eigenen Leib dann auch erlebt, wie das dann sich gestaltet in der Realität, weil es kein Drumherum mehr gab, bei vielen Institutionen eben vor Ort nicht mehr arbeiten zu können. Das wäre vielleicht noch ein Aspekt, den ich jetzt so dazu beifügen könnte. Ja, danke schön. Sehr spannend. Den Podcast kann man sicher recherchieren und dann im Nachhinein in die Linkliste aufnehmen. Ich bin sicher, dass der auch für einige hier sehr spannend ist. Ja, es ist jetzt 16 Uhr. Ich würde vielleicht um eine ganz kurze Schlussrunde noch bitten, so dass wir dann auch wirklich überleiten können in die interaktive Diskussion mit unseren Teilnehmerinnen. Und da würde ich euch jetzt einfach noch einmal die Frage stellen, wo geht es denn eurer Meinung nach in Zukunft hin? Also wie, was glaubt ihr, wie werden sich diese Kompetenzanforderungen in Zukunft verändern? Wie verändern Einflüsse wie zum Beispiel Corona, auch Digitalisierung die Art, wie wir als Erwachsenenbildnerinnen in Zukunft arbeiten werden? Ich fange halt an und sage, was ich immer dazu denke. Ich denke, dass die Zeit nach Corona doch etwas anders sein wird, wie es gerade jetzt alle erleben. Und dass im Bereich der Erwachsenenbildung das Vermitteln und Beraten zum Beispiel, die Stärke der Erwachsenenbildung ist ja dieser zwischenmenschliche Kontakt, also dass das natürlich wieder mehr werden wird wie in Corona-Zeiten. Und dass es aber die Integration von digitalen Meetings natürlich höher sein wird, als es vor der Corona-Zeit war, kann ich mir gut vorstellen. Einer aktuellen Umfrage vom IMAs-Institut sagen jetzt, folgend sagen jetzt tatsächlich Leute, ein ideales Kursangebot hätte 40 Prozent digitale Anteile und 60 Prozent Präsenzanteile. So ist aktuell der Wunsch. Anders schaut es aber ein bisschen im Bildungsmanagement zum Beispiel aus. Da kann ich mir vorstellen, dass die Art des Zusammenarbeitens sich grundlegend ändern könnte, wenn mehr digitale Treffen üblich wären, sodass zum Beispiel internationale Kontakte sie verändern, dass man sie mehr online trifft bei internationalen Erasmus-Plus-Projekten und die Mobilität dann dementsprechend zurückgeht und auch der Aufwand, der dadurch getroffen werden muss. So irgendwie. Also es wird viel mehr selbstverständlicher Bestandteil unseres Alltags sein und wir werden relativ gelassen, denke ich und hoffe ich, damit umgehen. Und für die Erwachsenenbildung als Profession wünsche ich mir, dass man sich den Bereich nochmal genauer quasi zur Brust nimmt und auch genau ausformuliert. Zum Beispiel didaktische Anforderungen war das so eine Frage. Die Didaktik in digitalen Settings ist ja tatsächlich anders. Zum Beispiel muss man mit Zeit anders umgehen. Also es braucht die Aufmerksamkeit, Spannen im Präsenzbereich sind vielleicht leichter zu halten als online. Das heißt, man muss kürzere Settings haben mit der Zeit und eventuell, und das ist eine Frage, die habe ich für mich noch nicht beantwortet, braucht es mehr Führungskompetenz, wenn man sie online trifft, damit nicht gleichzeitig gesprochen wird, weil in Präsenz gibt es diese nonverbale Abstimmung, die man im Online-Setting ja gar nicht so hat. Also da gibt es schon Unterschiede und das wäre natürlich noch spannend, was eigentlich wirklich die Unterschiede im Gruppenerleben zwischen Präsenz und Digital sind. Da gibt es noch viel, was wir als Erwachsenenbildnerinnen einfach auch noch definieren müssen und festsetzen müssen. Vielen Dank. Als nächstes bitte Ricarda. Genau, also was ich glaube, was einfach nochmal eine Anforderung wird, ist, dass diese, ich sage mal, Ad-Hoc-Digitalisierung, die wir jetzt erlebt haben, in verschiedensten Bereichen, aber eben auch in Erwachsenenbildung, dass man das vielleicht auch nochmal reflektieren muss einfach und auch nochmal gucken muss, die Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben, aufgrund dieser Schnelligkeit, ist das genau das, was wir brauchen, was wir wollen und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, vielleicht auch nochmal kritisch darauf zu gucken, wie steht es um Datenschutz, wie ist es mit Data Mining, also wirklich auch zu gucken, wir mussten jetzt gerade ganz viele Sachen umstrukturieren, es wurden ganz viele Tools genutzt, es gibt ja auch eine extreme Breite an Video-Tools und da auch zu gucken, welche wollen wir wirklich im Bildungsbereich nutzen, müssen wir vielleicht auch nochmal neue Plattformen entwickeln, in Zusammenarbeit mit Informatikern und auch nochmal schauen, wo wollen wir überhaupt hin im Bildungsbereich und jetzt explizit in der Erwachsenenbildung und da auch einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen vielleicht und das auch auf verschiedenen Ebenen, einfach nochmal zu gucken, was ist gut, was nehmen wir mit und ich hoffe, das ist einiges, weil ich glaube, es hat einfach einen großen Prozess gegeben, der Anstand in der Erwachsenenbildung, aber auch zu gucken, was wollen wir vielleicht nochmal anders machen und auch die kritische Perspektive, dabei nicht die ablehnende Perspektive, sondern wirklich diese hinterfragende Perspektive, was machen wir mit unseren Daten, was machen wir mit den Daten der Lernenden und genau, ist das alles richtig, was wir machen und wo wollen wir vielleicht ein bisschen nachsteuern. Dankeschön. Christina? Ich nehme kurz Bezug auf die Umfrage, die wir diesen Sommer gemacht haben, eben wie gesagt, wir werden eine zweite Befragung machen. Da hat es geheißen, dass 85 Prozent der Anbieter, die haben ihr Angebot angepasst und beinahe gleich viel sagen, auch wenn Corona vorbei ist, werden wir diese neu gestalteten Angebote ins fixe Programm aufnehmen. Also hier gibt es eine Erweiterung des Angebotes. Als Verantwortliche für das System Ausbildende stellen wir uns natürlich diese Frage, ja, was sollen denn Ausbildende in Zukunft können? Dass digitale Kompetenzen reinkommen, das haben wir schon vor vier Jahren definitiv entschieden und wir haben uns auch entschieden, dass wir sie explizit aufnehmen. Es geht nicht nur einfach um Medienkompetenz, sondern es ist ein Muss, das müssen sie können. Gleichzeitig auch definieren wir ja nicht nur das Curriculum, sondern auch die Lernzeiten. Und jetzt im aktuellen, sag jetzt alten Modell, haben wir definiert, wie viel Anteil denn online stattfinden darf. Und jetzt werden wir das eher umdrehen. Wir sagen, wie viel Zeit muss denn in Präsenz stattfinden? Also es gibt wirklich einen Paradigmenwechsel diesbezüglich. Und ich denke auch, dass die Präsenzzeit in Zukunft anders genutzt werden muss. Man muss deklarieren, warum Präsenz und was ist der Mehrwert von Präsenz? Dankeschön. Und abschließend noch Angelika. Ja, es ist jetzt ja schon unheimlich viel erwähnt worden. Ich glaube, ich komme nochmal zurück auf die Frage der Haltung. Ich denke, dadurch, dass viele Lehrende oder auch viele im Bildungsmanagement jetzt da mit dieser Situation konfrontiert wurden, konnten dann auch vielleicht nochmal neue Einsichten in die Problemlage, sage ich mal, Digitalisierung genommen werden. Und auch Haltungen konnten überdacht werden. Ich würde denken, nicht nur in Richtung, ich finde das jetzt alles prima und ich nehme das jetzt unreflektiert so hin, dass es jetzt nur noch so weiter geht, das auf gar keinen Fall. Ich würde mir dann eben auch wünschen, dass man da auf der Grundlage vieler didaktischer und anderer Überlegungen handelt. Genau. Für die Forschung wäre eben wünschenswert, dass man tatsächlich mal jetzt gucken kann, wo liegen denn jetzt die Kompetenzen, die gebraucht werden? Nennen wir sie digital, nennen wir sie anders, wie auch immer. Also, dass man da vielleicht wirklich eben was an der Hand hat, worauf dann eben auch Ausbildungen, und Fortbildungen entwickelt werden können, um solche Angebote dann auch noch flächendeckender anzubieten. Wir haben ja eben am Anfang gesehen, es gibt den IB MOOC, es gibt viele andere schon. Ich weiß nicht, ob es den einzelnen VHS-Lehrer, sage ich mal, in Deutschland jetzt so erreicht unbedingt. Ich habe italienisch unterrichtet mal. Ich hatte mein schönes Lehrbuch, das kriegte ich dann und dann habe ich mich damit durch meine Kurse navigiert. Da brauchte ich keine digitalen Kompetenzen, letztendlich, wenn ich nicht wollte. Und dann ist die Frage, wie erreiche ich diese Leute noch? Muss ich die mitnehmen? Will ich die mitnehmen? Ja, da sind noch viele Dinge offen, weil oft hört man ja jetzt auch noch diese Haltung, wir möchten aber so gerne wieder zurück zur Präsenz. Was ja nun auch, je nachdem welcher Kurs es ist, durchaus verständlich ist. Ja, vielen Dank an euch alle für eure spannenden Diskussionsbeiträge. Ich glaube, 2021 stehen uns noch spannende Zeiten bevor. Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das dann weiterhin entwickeln wird. Ich möchte jetzt auch den sozusagen offiziellen Teil schon einmal beenden und wirklich überleiten in die angekündigte interaktive Diskussion. Dazu wird jetzt meine Kollegin Martina Süßmeier allen wieder die Rechte geben. Das heißt, dass jeder unserer über 80 Teilnehmenden sich jetzt auch wirklich zu Wort melden kann und sich auch gerne wieder zeigen kann mit Bild. Und ich würde jetzt bitten, nachdem wir doch noch relativ viele sind, wer gerne sich zu Wort melden möchte, am besten einfach kurz in den Chat zu schreiben. Ja, ich möchte gern auch etwas dazu sagen. Ich möchte mich auch gern freischalten. Genau, und dann ist es auf jeden Fall auch möglich und wir hoffen, dass die Möglichkeit auch rege genutzt wird. Ich gebe vielleicht ein bisschen Zeit, bis sich da jemand, ob es da jemanden gibt, der die erste Wortmeldung übernehmen möchte. Und sollte da jetzt keine Meldung kommen, würde ich einfach beginnen, Fragen aus dem Chat zu aufzuwerfen. Ich warte vielleicht noch ein bisschen. Also noch einmal die herzliche Einladung an alle unserer Zuhörenden, unserer Teilnehmerinnen. Wer möchte, kann sich jetzt gerne auch zeigen. Genau. Hallo, da sehen wir auch schon einige, die jetzt da zu uns kommen. Hallo, Frau Krupica. Hallo. Frau Casagrande. Frau Nicke, Elke Nicke, Angelika Herrl, Brigitte Krainöcker. Ja, schön, dass man auch sieht, wer da alles dabei ist. Ja, wer möchte denn gerne sich einbringen in die Diskussion? Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat sich zu Wort gemeldet. Ja, danke. Ja, ich bin Erwachsenenbildnerin und ich bemerke, dass viele Kolleginnen und Kollegen weder die zeitlichen noch die finanziellen Ressourcen haben, sich da weiterzubilden. Gerade so in einem halbprekären Bereich. Bei einer Firma sehe ich da kein Problem. Da sage ich, morgen ist die Schulung, wir gehen alle. Wie können wir da vorgehen, dass Kurse nicht wegbrechen beziehungsweise auch die Teilnehmenden die Chance kriegen, sich weiterzubilden? Ich glaube, es werden uns viele Leute verloren gehen auf diesem Weg in die digitale Welt. Wer möchte gerne? Petra? Ja, ich habe leider nicht die Lösung. Ich will nur sagen, ich verstehe das Problem total und das wäre natürlich der Moment, wo wir ein breiteres Zusammenreden von Bildungsanbietern, Personalverantwortlichen oder Auftraggebern, Geberinnen bräuchte und wo man auch schauen muss, ob jetzt da zum Beispiel vom finanziellen und von den zeitlichen Möglichkeiten nicht diese neue, sprunghaft gewachsenen Umstellungsanforderungen, die sie ja sind, bedeuten. Meine Kollegin sagt das immer sehr gescheit, Arbeitgeber oder viele ersparen sie jetzt Geld, weil man nicht mehr Räume zur Verfügung stellen muss. Das heißt, es gibt ja Einsparungen, Mobilitätskosten gehen zurück, ob man da nicht mehr vielleicht von dem Geld, das dann übrig bleibt, schaut, ob man in diese Honorare oder Unterstützungen in welcher Form auch immer reinbringt. Das wäre natürlich fast ein Gebot der Stunde. Die Politik hat im Moment alle Hände voll zu tun, auf die breite Masse zu schauen und wir wissen, dass die Erwachsenenbildung einfach halt bildungspolitisch oft sehr, sehr in geringem, sehr geringem Ausmaß sichtbar ist. Da bräuchte man was an Sichtbarkeit. Ja, also viel zu tun. Christina hat sich zu Wort gemeldet. Petra hat jetzt die politische Ebene angesprochen. Da sind wir natürlich als Dachverband auch aktiv, jetzt ich spreche für die Schweiz. Da gingen auch diese Einzelunternehmen oder die Gesellschafter, die Inhaber von GmbH, am Anfang einfach vergessen. Es brauchte zusätzliche Maßnahmen, dass die ebenfalls so unterstützt wurden wie festangestellte. Diese Hilfen sind aber ausgelaufen und es für die Zukunft sieht es im Moment nicht so toll aus. Also das gibt es auch Härtefallprogramme, aber die kommen herzengreifend, wenn der Verlust wirklich enorm groß ist. Aber wir werden uns dafür weiter einsetzen. Tatsächlich, denke ich, sind viele ein bisschen auf sich allein gestellt und was ich vorhin schon mal erwähnt habe, viele Leute gehen sehr großzügig mit ihrem Wissen um. SWEB hat den SWEB Space lanciert vor erst wenigen Wochen. Das ist www.sweb.space und da kann man sagen, was brauche ich, was interessiert mich. Da ist nur schon in wenigen Wochen ziemlich viel passiert. Genau, meine Kollegin hat das auch gerade noch einmal in den Chat gepostet, den SWEB Space, den kann man dort nachlesen. Ja, ich würde vielleicht die Gelegenheit auch nutzen und noch ein paar Dinge einbringen, die da im Chat inzwischen noch gekommen sind. Da gibt es von einigen die Diskussion, wie lang die Aufmerksamkeitsspanne ist online. Da wird von 45 Minuten gesprochen, von 90 Minuten gesprochen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht gar so lange ist und dass es online eben auch immer einen Wechsel der Sozialformen vor allem bedarf. Ich weiß nicht, ob jemand da eine konkrete Einschätzung treffen möchte, wie viele Minuten da gut sind. Ich kann nur berichten, dass ich letztens in einem Austausch mit einigen Erwachsenenbildnerinnen war zum Thema Gruppendynamik und Didaktik im digitalen Setting und dort wurde, ist gefallen, eine halbe Stunde maximal und dann braucht es eine Pause, wenn es nur eine Sozialform ist, wenn es nur um Inhaltsvermittlung geht. Das gebe ich jetzt einfach so wieder. Ich kann jetzt nicht auf wissenschaftliche Studien oder sonst irgendwas verweisen. Genau, und ich sehe, dass sich Birgit da jetzt auch zu Wort meldet. Ja, Welli, auf der einen Seite, wir halten es ja mit der Praxis bei CUNEDU, dass wir reine Live-Online-Veranstaltungen mit 90 Minuten begrenzen. Wir beziehen uns dabei nicht auf wissenschaftliche Studien, sondern auf unsere Erfahrung, dass das gut geht, wenn man wirklich gut wechselt mit den Sozialformen. Ich muss aber gestehen, dass ich in meiner Uni-Lehre dreieinhalb Stunden Sessions mache, natürlich mit Pause dazwischen, zweimal eine Viertelstunde oder so, nicht mehr, aber ich erlebe, ich bin so fasziniert davon, wie viel mehr Beteiligung ich jetzt in der Online-Lehre habe als in meiner Präsenzlehre. Und ich glaube, ich war schon immer sehr eine enthusiastische Lehrende. Es liegt nicht daran, dass ich sozusagen jetzt nicht, es liegt nicht sozusagen am Engagement der Lehrenden, sondern es liegt daran, dass plötzlich online die Leute sozusagen viel gleichberechtigter kommunizieren, weil nicht die Extravertierten im Vorteil sind. Es sprechen nicht mehr die mehr, die einfach von ihrem Naturell her gern sprechen, sondern wenn man schriftliche Beteiligungsformen dann funktioniert das super. Ich weiß, dass sie immer alle schrecken, wenn ich von dreieinhalb Stunden spreche. Ich lese aber da auch von Evelyn vom LFI Steiermark, dass sie mit acht Stunden auch schon was gemacht hat. Ich habe das auch schon gemacht, aber was man dann einfach machen muss, man muss wirklich gut die Sozialformen wechseln. Also man muss wirklich und da geht es nicht nur um Gruppenarbeit, Kleingruppenarbeit, in der Konstellation, in der Konstellation, Umfrage, eine ganze Reihe Dinge, die wirklich die Leute selber interessieren so Aktivität anregen, sondern da geht es auch darum, dass man Einzelarbeiten einplant, wo jeder sich einmal zurückziehen kann und selber irgendetwas nachdenken kann und sich einmal sozusagen wirklich mit den eigenen Gedanken für sich ist. Also diesen breiten Wechsel an Sozialformen. Da habe ich jetzt nicht widerstehen können. Ich wollte noch ein bisschen auf die Meldungen im Chat eingehen, die wir vielleicht inzwischen nicht immer aufgegriffen haben. Genau, da gibt es auch einige, die das bestätigen beziehungsweise von eigenen Erfahrungen berichten. Ja, gibt es von Ihnen, die sich da jetzt mit Bild sozusagen gezeigt haben, noch aktuelle Fragen oder vielleicht einfach Kommentare, eigene Erfahrungen zum Thema. Gibt es da jemanden, der noch etwas sagen möchte? Diana Casagrande. Gern einfach die Stummschaltung deaktivieren und dann können Sie sprechen. Genau, okay. Ja, ich möchte noch kurz was sagen. Ich bin in der Basisbildung tätig bei einem kleinen Verein in Wien und für uns war es schon eine sehr große Umstellung. Ich habe erst jetzt im Herbst wieder begonnen zu unterrichten. Das heißt, ich habe den ersten Lockdown zum Glück quasi nicht miterlebt. Also gerade in meinem Bereich ist es schon sehr schwierig. Ich habe mit sehr also wir unterrichten nur Frauen, die quasi nicht lernerfahren sind. Unsere Kursteilnehmerinnen haben eben auch keinen Computer zu Hause, keinen Drucker. Das heißt, wir arbeiten nur mit dem Handy. Erstaunlicherweise funktioniert es sogar recht gut. Also ich arbeite mit Zoom und mit Padlet auch, mit WhatsApp. Habe aber eben auch die Erfahrung gemacht, dass eben gerade Zoom Meetings auf eine kurze Zeit begrenzt sein muss, weil das einfach von der Konzentration her nicht länger funktioniert. Bei uns war jetzt auch die Schwierigkeit, weil es eben nur Frauen sind, jetzt auch während dem Lockdown die Kinder zu Hause waren. Das spielt natürlich auch bei uns eine große Rolle. Bei uns ist es relativ schwierig und da wir ein kleiner Verein sind, haben wir natürlich auch nicht mit gewissen Computern oder Tablets auszustatten, was natürlich eine enorme Schwierigkeit für uns ist und ein sehr großer zusätzlicher Zeitaufwand für uns Lehrende. was wir untereinander festgestellt haben als Lehrende, dass wir doch schon trotzdem vieles mitnehmen können, dass wir viele Meetings jetzt auch vielleicht online machen werden, wo wir uns sonst getroffen haben, dass wir das vielleicht doch für die Zukunft auch mitnehmen werden, aber bei uns ist es in diesem Bereich sehr schwierig hier von Präsenz komplett oder teilweise digital umzustellen, weil einfach wir haben Teilnehmende, die nicht alphabetisiert sind, das ist einfach ein sehr schwieriger Bereich. Im Chat gibt es auch schon Zustimmung von einer Basisbildnerin zu dieser Situation und dass es auch Teilnehmerinnen gibt, die wirklich schwer zu erreichen sind. Da vielleicht gibt es nur ein Thema, ich weiß nicht, Angelika oder Ricarda, vielleicht habt ihr in eurer Forschung damit zu tun, mobiles Lernen, gerade auch am Smartphone, gewinnt ja auch an Bedeutung. Könntest ihr da vielleicht aktuelle Erkenntnisse dazu teilen? Leider nein, dazu nicht. Ich kann nur bestätigen, es gab eine Studie, die wir gefunden haben, die Lehrende aus dem Bereich Grundbildung tatsächlich danach gefragt hat, wie das aussieht, welche Kompetenzen im Rahmen der Digitalisierung sie sich vorstellen, zu erweitern, beziehungsweise wie Lehrende da anders agieren. Und das war eigentlich die einzige Studie, wo die Lehrenden gesagt haben, wir sind da eher skeptisch und wir stellen uns das schon sehr schwierig vor. Und das bestätigt jetzt wiederum, dass man da nicht alle Bildungsbereiche und auch nicht alle Teilbereiche der Erwachsenenbildung sozusagen über einen Kamm scheren kann. Finde ich sehr interessant, das jetzt nochmal so aus der Praxis zu hören. Aber sonst leider da zu dem anderen kann ich nichts beitragen. Ich kann da auch keine quantitativen Zahlen zu sagen. Ich weiß aus der qualitativen Forschung, da habe ich viele Interviews mit Lehrenden auch zu dem Thema von wie ist es denn mit der Erreichbarkeit von Teilnehmenden und auch dem Lernen jetzt tatsächlich dem mobilen Lernen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich dadurch eher zumindest jetzt bei diesen Interviews gezeigt hat, dass die Lehrenden das Gefühl haben, dass sich dadurch eher nochmal die Kluft tatsächlich aufmacht, dass die Leute, die sowieso wissen, wie sie an Wissen kommen, wie sie an Informationen kommen, einfach super mobil mal Sachen nachgucken können, vielleicht auch ganz viele Inhalte, die sie lernen wollen, in der Cloud haben, in der Pause mal eben lesen können, weil selbst zu organisieren und da kann ich tatsächlich sagen, dass da zumindest bei diesen Interviews, die ich geführt habe, das Feedback war, es ist eher so, dass da wirklich die große Vermutung ist, dass gerade auch im Bereich der Erwachsenen Lernen, das informelle Lernen, einfach nochmal eine große Kluft aufmacht, die es sowieso schon gibt, die einfach größer werden wird. Genau und im Chat wird da jetzt da sagt eine Kollegin, dass ein Kursauftakt in Präsenz und Fortführung digital gut geht und ich glaube Birgit Aschemann hat da noch einen Kommentar dazu. Ja, ich bin jetzt gar nicht, muss gestehen, ich bin jetzt nicht den letzten Gedankengängen gefolgt, ich bin jetzt noch ein bisschen bei dem Beitrag von Frau Gundermann gehängt und bei der Frage der Vorrednerin, ich glaube Frau Casagrande war das, nicht vielleicht einfach eine Unterstützung sein könnte, wenn es darum geht, Menschen, die eher ungewohnt, also digital ungewohnt oder von ihrer Infrastruktur, ihren Bedingungen eher Gefahrlaufen abgehängt zu werden, also wie weiter Mobilgeräte was ändern würden dran, also ich habe eine Studie in Erinnerung die wir selber, eine kleine Studie, es war eine qualitative Geschichte, da haben wir, ich glaube 50 Einrichtungen haben da mit gemacht, es war wirklich etwas Kleineres, wo es um die Arbeit mit Migranten und Migrantinnen gegangen ist, wo uns verblüfft hat damals schon, wirklich in welchem Ausmaß, es waren vor allem Migrantinnen, alle gesagt haben, sie haben ein Handy, sie haben einen Vertrag, der das hergibt, dass sie wirklich mit dem Handy ausreichende Zeit online sein können, wo es wirklich so eine Frage war, der Kompetenzen der Unterrichtenden, die damit eigentlich nichts anfangen konnten oder nicht im ausreichenden Maße jetzt diesen Lernenden entgegen kommen konnten und sie nicht ausreichend unterstützen konnten und jetzt hat dieses Corona ja diesbezüglich glaube ich einfach die Situation noch einmal verschärft und hat uns das recht deutlich gezeigt dass ich in erhöhter Dringlichkeit die Notwendigkeit hätten mit dem Mobilgerät unterrichten zu lernen ja also wirklich voll umfassend ja angefangen von eigene Wissensorganisation aber Instant Messager zu nutzen um mit den Leuten wirklich also mit Aufgabenübungen Kontakt Lernumgebung improvisierte am Handy und so weiter zu stellen das ist einfach eine Frage die mich beschäftigt ich vermute es sollte eigentlich in die Richtung gehen aber ich bin ich würde mich so sehr interessieren in dieser Expertinnenrunde wie denn da eigentlich der Eindruck dazu ist wobei ich weiß fünf Minuten vor Schluss große Frage aber vielleicht kann man das ganz kurz im Chat gibt es zumindest Zustimmung ich weiß nicht ob von euch auf dem Podium noch gerne jemand etwas ergänzen möchte Ricarda ist da glaube ich gerade am genau ich würde das total unterschreiben ich glaube das ist total notwendig dass da Sachen entwickelt werden ich glaube da ist aber auch tatsächlich von beiden Seiten sowohl von Seiten der Erwachsenenbildung als auch von Seiten der Lernenden erstmal ein Umdenken notwendig weil gerade das Mobiltelefon die Ausstattung mit Mobiltelefonen mit Smartphones ist unfassbar groß das heißt das ist eigentlich nicht der Punkt dass die Leute nicht erreichbar sind also die meisten Leute heutzutage haben laut Umfragen einfach den Zugang zu einem Smartphone nicht alle natürlich es gibt immer noch ein paar die wir da auch nicht erreichen würden aber das Umdenken dass eben dieses Smartphone nicht nur zur Unterhaltung zum Kontakt sondern eben auch ein Lerngerät das ist glaube ich ganz ganz wichtig da müssen nicht nur didaktische Settings entwickelt werden sondern auch erstmal quasi die Augen geöffnet werden dass es eben auch ein Lerngerät sein kann genauso wie jeder Computer ich meine es ist ein Computer also deswegen das finde ich auch total wichtig und ein Punkt der definitiv weitergedacht werden sollte gerade für die Bereiche wo die Leute eben nicht ein Computer ein Tablet und was weiß ich alles zu Hause stehen haben ja dankeschön im Chat gibt es da auch noch die Hinweise auf das Thema Datenschutz das natürlich auch immer mit zu berücksichtigen ist genau und auch einige Erfahrungsberichte von Kollegen Kolleginnen die das auch persönlich schon gemacht haben mit Lerngruppen ja wir sind jetzt drei Minuten vor Ende ich möchte jetzt noch einmal in die Runde fragen gibt es noch jemanden der gerne zum Thema etwas sagen möchte vielleicht noch Fragen hat oder auch gerne Erfahrungen teilen möchte dann wäre jetzt die Gelegenheit Elfriede Berger ja also ich bin Lehrende an einer pädagogischen Hochschule in Wien und unsere Studierenden und auch die Studierenden der Fort- und Weiterbildung kommen aus ganz Österreich und hat uns der Logger eigentlich geholfen oder vor allem vielen Teilnehmern geholfen eher an Bildungsveranstaltungen beizunehmen vor allem auch Frauen die Karen sind im Online-Seminar das die vorher nicht besuchen konnten sie können einfach teilnehmen überhaupt die Teilarbeit das Thema Exkursionen mit Handy habe ich auch in den Chat reingeschrieben das haben wir auch umgesetzt also mit der Zoom-Software aufs Handy herunterladen und dann kann man irgendwo in einer Schule eine Exkursion was Lehren da durchführen und die Studenten sitzen zu Hause am Laptop und können direkt Fragen stellen also das ist ein unglaubliches Potenzial in Österreich wurden auch die Farmenare entwickelt wo die Berater und Beraterinnen am Freitfeld sind die im Stall sind und dann direkt mit den Teilnehmern im Web reden also es ist ein Riesenpotenzial und sehr oft ist es die Kreativität und ein bisschen das Ausprobieren und ja also die Lehren wird bei uns eins zu eins umgesetzt das heißt ich habe morgen wieder am Vormittag zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr Lehre 10 Minuten Pause dazwischen mit diversen Settings und Breakout Räumen und die Studierenden werden in Arbeitsgruppen geschickt das ist eigentlich fast die Präsenz möglich und auch in den Vorlesungen merken wir dass mehr Studierende im Anwesenzenter kann ich mich nur anschließen es ist leichter möglich teilzunehmen als wie sonst oft in der Präsenz ja danke auch für diesen Erfahrungsbericht dass auch wirklich das digitale Format auch Teilhabe eben ganz stark fördern kann beziehungsweise ein Satz noch die hybride Lehre war dann auch Thema bei Wien wurde dann Risikogebiet und die Teilnehmenden sind dann in Osttirol vor dem Laptop gesessen ein Teil der Teilnehmer war in Präsenz und es war schön dass alle die Möglichkeit hatten teilzunehmen auch wenn sie vielleicht nicht alles hundertprozentig gehört haben oder nicht eins zu eins vielleicht so didaktisch umsetzbar war weil sie waren zumindest dabei und alleine das ist eine große Chance und ich freue mich dass ich hier dabei sein kann und mit Teilnehmern ja mit so vielen Teilnehmern die eigentlich wahrscheinlich auch aus Deutschland Schweiz und Österreich dabei sind ja dass wir noch kommunizieren können ja super wir freuen uns auch sehr über die rege Beteiligung ich schaue jetzt mit dem Blick auf die Uhr es ist schon 16.30 und wir hatten unseren Digi Talk bis 16.30 angekündigt das heißt ich teile jetzt dann auch noch einmal meinen Bildschirm ich habe nämlich noch ein paar Infos vorbereitet für alle die bis zum Schluss dabei geblieben sind und die vielleicht auch eine Teilnahme Bestätigung möchten kurzen Moment so genau also das war eben unser Digi Talk zum Thema digitale Kompetenzen von Erwachsenenbildnerinnen für das Jahr 2021 ganz herzlichen Dank noch einmal an alle fürs Dabeisein einerseits für unsere Podiumsgäste andererseits auch an Sie die jetzt auch so aktiv mitdiskutiert haben ich habe da auf diese Folie noch einmal den Link draufgegeben wo Sie die Aufzeichnung finden voraussichtlich in wenigen Tagen und auch noch einmal den Link zur Feedback Umfrage da freuen wir uns wirklich wenn Sie den ausfüllen damit wir eben uns auch weiterentwickeln können und wenn Sie eine Teilnahme Bestätigung möchten gibt es noch einen zweiten Link das ist wirklich nur eine kurze Abfrage wo Sie Ihren Namen angeben und dann bekommen Sie in den nächsten Tagen auch eine Teilnahme Bestätigung für den DigiTalk und beende jetzt dann auch diesen DigiTalk noch einmal ganz ganz herzlichen Dank an alle fürs dabei sein und einen schönen Jahresausklang und frohe Weihnachten an alle die es feiern bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017